Rea 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 Medis Lieblings Level das war so ein Propaganda Gag von Goebbels, das Level hier Oh, dann wollen wir mal starten Oh Gott Oh, Jiofuck schon wieder Nicht Gooder, meine Sch... Kann man die Dinger nicht irgendwie ausmachen? Nein. Das ist ja der... Pfff. Fug you. Fug you, Battle Block 4. Das ist auch schlimm. Stell dir mal vor, du hast so ein Spiel, das ist die ganze Zeit schön gewesen. Ja. Dann sowas hier. Das war auch gerade so ein bisschen mein Gedanke, vor allem nach dem schönen Credit-Video. Nein, kacke. Genau, genau. Es funktioniert. Shit. Sie fallen runter. Ich schaff das. Oh, Mann. Wir müssen aber beide oben sein. Nee. Doch, später schon. Müssen wir nicht, weil es da oben mehr als zwei Gems gibt. Meine Güte. Ich seh nix. Ich seh da nix. Dann rück halt mal deinen Hut zurecht. Nee. Schon wieder einen rübergekriegt. Du kannst halt nicht... Das geht doch nicht. Gott. Das ist... Du hast hier nirgendwo einen toten Winkel, wo du dann einfach mal bleiben kannst. Du kannst auch nicht ausruhen, weil das Ding immer kaputt geht. Ich meine, am Anfang habe ich die Idee noch gefeiert, aber jetzt... Scheiße. Willst du? Mach's. Jetzt wirst du n... Zornig. Zornig. Rallen. So zornig, wie meiner hier guckt. Oh, scheiße. Nö. Habe ich nicht jemanden, der ein bisschen besser guckt? Nö. So guck ich gerade. Ja, so guck ich gerade tatsächlich. Mach du mal. Mach du mal. Kleines Ehrens. Ich will das gerade zurücksetzen. Ach so. Dann noch mal. Pass auf hier. Rallen. Troll. Das ist echt begeistert von diesem Spiel. Ja. Mittlerweile schon von diesem Spiel. Seht ihr mal, wie es geschafft hat, hier im Winkel. Guck mir danach nochmal die Credits an. Ja, nur um zu sehen, wie Mr. Hattie stirbt. Nein. Mist. Nein, ich mach nochmal. Können die einem nicht so ein bisschen... Es muss doch eine Möglichkeit geben, die auszumachen. Das ist auch viel zu unfair. Du musst dir ja erstmal ganz hoch kommen. Das ist viel zu unfair. So als hätte ich in einem heutigen Community-Dinger erwartet, aber nicht im Spiel selber. Scheiße. Nein. Nein. Oh Mann. Die Stelle da rechts ist auch so scheiße. Hä? Scheiße. Aui. Ich hab mich mit meinem eigenen Pöppels erschlagen. Aber hast du jetzt auch Pöppels? Ich versuch das gerade noch hier am Rand, aber das geht nicht. Meine Güte, die ist schon wieder kaputt. Mann. Ja, die Pöppels, die gehen auch nicht immer. Das ist auch so ein Blödmister. Das ist auch so ein Blödmister. Ach. So. Kass. Oh. Du kannst immer auf immer nur zwei, glaube ich, ne? Das dritte geht dann relativ... Nee, kannst du nicht. Ja, aber... Und... Oh. Yes. Nein! Ah! War zu gierig. Schleiße. Oh Mann, aber es... Da war ich selber schuld. Ich Idiot. Wie war das noch mit Arne? Arne, jetzt nicht gierig werden. Ja. Egal, wir sind jetzt. Nee. Deswegen bist du auf der Schiff. Komm, das reicht doch. Junge. Geilo. Also, wir dann Level da rein. Publikumsliebling, er ungeschafft, freigeschaltet. Alter, das ist... Ja, wohl. Oh Gott, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaff. Heftig, heftig, heftig. Oh. Hast du dir verdient. Hau die Sau. Hau die Sau. Nein, nicht wehren. Habe ich mir verdient. Hier. Das... Das... So. Ich hätte mir überlegt, das auch so zu machen. Warum sind hier eigentlich die Schwebedinger? Darunter ist doch gar nichts mehr. Tja, und was bietet uns das Spiel jetzt dafür, dass wir den Kram hier noch gemacht haben? Nichts. Man hätte das theoretisch auch so machen können. Mit dem Frosch. Ah, das ist aber ein bisschen risky. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass der Mist jetzt hier vorbei ist. Mit diesem letzten Level. Da haben sie mich echt gekriegt. Das... Geht doch nicht. Hör mal. Shame on Hattie. Wird kein Lerner dafür? Der ist doch tot. Ah, der ist nicht tot. Doch. Hattie never dies. Honey, Hark. Ist so der Lippelbär, oder? Ist der Lippelbär, ja. So, money, money, money. Money, money. All dem YouTube-Munnies. Alle da reindrücken jetzt. All dem Mannies. Cheesecake, ich rette dich, Hattie. Nein, hast du nicht. Hattie ist tot. Auge. Oh, meinst du, die hauen zu Weihnachten Weihnachtslevel raus? Das wäre geil. Dann wüsste ich jetzt ja schon, was ich dann an Weihnachten mache. Toll, hab nur den. Ist ein Sherlock. Cool. Was ist das? Oh, der ist ja geil. Voll der Kugelfisch. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sieben Minuten. Sollen wir uns dann zum Abschluss nochmal auf die Fresse hauen, da? Können wir machen, ja. Ja, dann müssen wir kurz schneiden und dann geht's gleich weiter. Alles klar, dann bis gleich. Fresse voll hauen jetzt. Los! Oh, das brauche ich jetzt. Jetzt ein bisschen Ausgleich zu dem, was da gerade war. Okay. Und los. Beats me. Beats me. Beats me. Auf die Fresse gibt's. Okay, okay. Okay. Ähm. Ziel des Spiels ist jetzt. Fresse voll hauen. Hast du noch die alten Sachen? Ja. Dann hast du ja ein Problem jetzt. Ja, ich wusste ja nicht, was du auswählst, wa? Ach, ich hab... Ja, warte, warte, warte. Pass auf, zum Beispiel das hier. Aue. Ich wollte gerade keinen Aussuchenden, du Arsch. Ach so, dann können wir das ja gleich noch machen. Aber jetzt geht's erstmal auf die Fresse. Oh, mit. Mäutiii. Mach es. Mach es. 67 zu 9. Das machst du immer. Achtung. Das hat der Chef sich verdient. Ja, der hat jetzt seinen Geburtstag. Jetzt hast du wieder 41. Oh Gott. Achtung, das ist gefährlich. Hallo. Hi. Wieso gehen deine Schläge eigentlich immer durch und meine macht er nicht? I don't know. Do you? I don't. Do you? I don't. Do you even live your soul? Oh, yes, I do. Komm, ich will dich ins Wasser schmeißen. Ja, du hast aber gewonnen. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nee. Wieso macht der nix? Nein. Kommst du wieder hier raus? Nein. Boah. Nein. Du gewinnst. Wup, wup, wup. Sau. Aui. No. Razivie. Ich hab ein Haus. Aui. Ich bin ein Razivie. Du bist ein Haus. Ich bin ein Ra... Au. Dreh dich um. Dreh dich um. Sau. No. No. Jetzt last minute ins Wasser, oder was? No. Guck mal her. Ja, zu zweit ist das relativ witzlos, aber zu viert ist das echt lustig. Da könnt ihr euch auf was freuen. Das machen wir später noch. Und das geilste daran ist, dass der gewinnt, dass der gleich immer so fünf Knüttels kriegt. Und wenn er MVP wird, dann ist er der Meister hier. Du bist der MVP. Ja. Bin. Gut. Er macht jetzt gleich weiter, aber ich geb dir jetzt mal ganz kurz ein Frisch. Das ist sehr nett. Du hier neu machen kannst. Bin ich sehr lieb von dir. Ja. Was wählen wir denn? Sam. Der harte Geschütze. Du bist gut? Hi. Ach, hast du schon. Nein, nicht schon wieder das. Katze, nein. Das geht doch nicht. Hör mal. Oh. Oh boy. Ja. Oh, geil. Ja, Alter. Wie man immer aufpassen muss jetzt bei dir. Musst du sowieso. Das musst du immer. Hallo, kann ich dich jetzt auch mal erwischen mit dem Scheiß? Nee, komm hier. D, 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 d. Fancy, 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 fancy. Hier gibts auf die Fresse für die Katze. Immer so richtig. Achtung. Nee. Nee, nee. Der Witz daran ist, wenn man brennt und den anderen dann berührt, dann brennt der auch. Das ist voll gefährlich. Kannst du mal aufhören, dir so einen Mist zu machen, wenn ich... Nee. Wie wird das denn? Bisschen backwards fletschenden oder was? Ja, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Komm her, komm her. Oh. Nee, komm jetzt. Nee, jetzt komm. Du fletschst nur noch backwards. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, warum er das tut. Der ist besoffen. Das ist ja, glaube ich, wirklich. Kein Feuerball, nur noch rückwärts. Oh, geil. Alter, geh. Oing, oing. Maddy. Maddy. Das ist voll gefährlich. Ich bin Dr. House. Aber ich finde, der Verlierer der Runde könnte aber auch mehr kriegen, als nur einen Gem. Das ist schon so ein bisschen demotivierend. Ich finde, mindestens drei könnten die ausschütten. Ich werde euch auf jeden Fall mal drauf freuen, wenn wir das hier zu viert machen, dann ist richtig Chaos angesagt. Geil. Oh nein, hier ist jetzt mein Feuerball dann nicht mehr so geil. Weil ich mich dann retten kann. Ja. Der Mann hat's auch noch nicht mehr. Guck mal, der hat schon wieder in die falsche Richtung gemacht. Er ist dumm. Hallo. Aua. Nee. Nee. Das ist voll gefährlich, was du hier machst. Du, 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 du. Äh. Ah. Oh Gott, hier ist der Absatz, ey. Das macht so viel Spaß, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr könnt halt doch selbst Maps bauen. Ja. Und ich bin sicher, der Maddy hätte die dann gerne zugeschickt. Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach geht mit Zuschicken, oder zumindest, wenn ihr das im Steam habt, könnt ihr mir ja den Link zu eurem komischen Package, oder wo man dann mal machen muss, geben. Und dann geht's da zur Sache. Ah. Nee. Voll gemein. Was ist denn dreistin? Gewiesen. Ah. Äh. Ah. No. Was hat man halt davon, wenn man... Man schafft spielen. Ich finde den besten diesen komischen Punch von unten nach oben, aber das trifft man so selten. Ja. Weil der so lange dauert. Stirb doch jetzt. Stirb, stirb. Ich hab gehört, du riechst nach Penaten. Gar nicht. Jetzt hast du geschummelt gerade, hast du genau gesehen. Ich hab nicht geschummelt. Ich schummel nie. Ich hab gehört, du schummelst. Yes. Penaten, sauf. Ja, jetzt muss ich mich noch ganz schnell zweimal töten, dann hast du es. Ja, ja, mach ich. Kein Problem. Dann hast du es. Dann hast du es. Oh, da war noch einer. Oh, no. Seem clear. Wrrrrt. Wrrrrt. Oh, Leute, zu viert ist das echt Chaos pur. Ja. Ist unglaublich. Aber drei gegen, nee, zwei gegen eins ist auch manchmal ziemlich lustig. Und gemein. Ja, für, weiß ich noch nicht mal für wen. Eigentlich für alle. Ach, schön. Aber ich würde sagen, das ist jetzt ein würdiger Abschluss für den Part gewesen. Und ja, das eine oder andere Gruppenmeschen wird hier bestimmt noch folgen. Ganz bestimmt. Und dann haben wir richtig viel Spaß zusammen, würde ich sagen. Das ist super. Oh, yeah. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Ja, macht's gut, Leute. Echt. Bis bald. Danke nochmal. Tschüss. Ciao, ciao.